Das hier, das ist die Kapelle, die Kirche der Carthase in Ittingen. Die Kirche ist gleichsam das Zentrum dieses ehemaligen Klosters. Hier trafen sich die Mönche täglich viermal zum Gebet und zum Gottesdienst und das ist gleichsam das Herz alles Denkens hier in Ittingen. Und wenn man jetzt vor 30 Jahren hier auch ein Kunstmuseum installiert hat, so bleibt diese Kirche dennoch so etwas wie der geistige Impulsgeber für die Arbeit hier im Kunstmuseum Thurgau. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.